basti wie heißen wir noch mal oberschwester rabiata und hausmeister leopold und gemeinsam singen wir es weihnachtet zur weihnachtszeit vielleicht aber auch nicht wer hat bock mit mir auf eine rave zu gehen ich nicht ganz kurz ich weiß nicht wie es bei euch ist aber bei uns wird eigentlich gebetet das geht schon los oh mein gott vater unser der du heute nicht hier sein kannst wir feiern in deinem namen wir sind nicht so reich wie der willi aber was nicht ist kann ja noch werden unser täglich brot gibt heute nicht da ist der bäcker dran schuld ich finde das ist nicht zu entschuldigen die führten nicht mal es wurde auf einmal so seltsam still und ich hatte irgendwie das gefühl in dieser stille sammelte sich auf einmal so eine so eine energie und in dem moment habe ich gemerkt wie bei mir so ein lachimpuls auf einmal kommt sie macht das sehr gut sie macht das sehr gut sie macht das sehr gut mit sich selber aus absolut ganz klar das war fantastisch das klang wie der gesang der buckelwale kannst auf cd kaufen was habe ich vermisst könnte ich bitte kann der ober noch mal kommen ein latte macchiaccio oder mein feuer und cappuccino ist mir egal der drehntier hat sich was lockere jetzt überall geschworfen ein furzkissen ja sie war ein lebendes furzkissen ich fühle mich schon ein bisschen herausgefordert das ist einer der größten talente das sagen alle ja furzen ist dein talent soll ich weil weihnachten ist da habe ich mich schon die ganze zeit drauf wie freut dass du war ein weihnachtlicher ok ok 80 jetzt ok bei dem ersten date zeigst du das kannst weil ich würde mich direkt in dem verliebt der sich zeigt kann sein dass es ein bisschen mein move ist ich könnte als darth vader beten hilft das ja luke ich bin dein vater unser zum beispiel hallo wie geht es dir gut ich hab dir von dir geträumt du kennst mich doch gar nicht ich hab mich gestoppt das ist illegal die kombi der gefährlichkeiten war gar nicht zu toppen teddy gegenüber sitzen mikros mit komischen geräuschen zwei hamster die ja 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 also es ist illegal und deswegen finde ich irgendwie süß haben wir gerade schon eine art mentalen verkehr Ich glaube, ja. Ja. Gut. Bravo! Ich bin kein guter Gitarrenspieler, aber ich habe wahnsinnige Texte. Die schreibst du selbst? Die schreib ich selbst. Caroline. That's me. Das ist sie. Das ist die Young. Und das ist der Rick. Das ist der mich. Bastian, ich hatte vor Jahren einen Auftritt in Dresden. Das tut mir leid. Ich verstehe es nicht. Ich habe eine Frage, weil wir alle gerade zusammensitzen. Ich habe meine Frau früher einen Heiratsantrag gemacht. Die hat den mehrfach abgeblockt. Jetzt wollte ich nur fragen, kann ich es euch kurz zeigen, was ich mir überlegt habe. Ja. Ja. Für sie? Ja. Gerne. Dann würde ich hinknien und sagen, Helene, du bist mein Beckenboden. Du bist meine Wirbelsäule. Mein Backbone. Mein Atlas. Hier. Der dritte Wirbel von oben bist du. Und der untere. Oh, das hörte und hörte nicht auf. Deine Eltern haben zu mir gesagt, hör zu, mach weiter so. Aber wenn du unsere Tochter noch einmal fragst, ob du dich heiraten willst, rufen wir die Polizei. Ja. Klar. Jetzt meine Frage zu dir, Helene. Wir haben das alles erlebt. Alles. 14 Jahre haben wir das erlebt. Willst du meine Frau werden und an meiner Seite jeden Tag alles machen, was ich dir sage, oder? Du machst gar nichts und ich mache auch nichts. Angebot ist gut. Ja. Würde ich erst mal machen. Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Ich wollte Ihnen was vorstellen. Sozusagen eine Art, das wissen weniger von mir. Ich bin seit ungefähr 18 Jahren intensiv im Puppenbereich tätig. Schwierig. Aha. Zweimal Antoine. Ach du Grüne. Schon der eine ist schlimm, ne? Michel. Ja? Fandest du mich von früher? Nein. Das sieht so aus, als hätte ich keinen Plan vom Puppenspiel. Mhm. Aber ich habe Plan. Ich habe einfach gesprochen, die Lippen habe ich aber nicht bewegt und dann hat mir irgendwann mal Anke so ein Zeichen gegeben. Kennt ihr das, wenn ihr ein Puppenspiel anfängt und dann währenddessen merkt, dass es beschissen läuft? Mach doch mit der Puppe den Antrag. Ah, okay. Mit dem Antrag. Wenn du möchtest, mache ich Helene. Michel, 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 nein, geh da nicht hin, tu es nicht. Sie hat sich da hingestellt. Ja. Oh Gott. Mädel, das überlebst du nicht, das überlebst du nicht. Lieben Helene. Ja? Seit du deine Knieoperation gemacht hast und jetzt sechs Meter größer bist als ich, wollte ich dich fragen, ob du das irgendwie rückgängig machen kannst. Weil wenn wir ehrlich sind, wie soll ich das schaffen, dass ich bei dir neben dir herlaufe, wenn du so groß bist? Soll ich Huckaback bei dir sein oder was? Ich liebe kleine Männer, Schatz. Ach. Happy End. Oh mein Gott. Das war schön. Danke, Michel. Pfeife auf Helene. Du bist als meine Frau. Nee. Anke Engelke und Bastian Pastewka tanzen den Kickball-Change zu. Wie für Magie ein zweites Zeigungsverteidiger, ein zweites Zeigungsverteidiger, das erste Zeigungsverteidiger und die erste Zeigungsverteidiger, die erste Zeigungsverteidiger, die erste Zeigungsverteidiger. Die Gets. Die Gets. Oh Gott. Die Gets. Bayern con dos abanicos, hey! Compor un acto de magia Un segundo abanico Donde al primero Y sequer a la danza Un abanico, dos abanicos Tantos abanico Como un acto de magia Y la hermosa emoción Y la fuerte excitación Bailemos con alegría Un abanico, dos abanicos Tantos abanicos Mira, mira abanico Mira, mira abanico Si tú tienes abanico Pus ante a los dos Mira, mira abanico Mira, mira abanico Si tú tienes abanico Pus ante a los dos Mira, mira abanico Mira, mira abanico Si tú tienes abanico Pus ante a los dos Vaya, fida como podemos Baila con dos abanicos Vaya, fida como podemos Das ist so eine Folter! Ist Folter! Tantos abanico Bastian nimmt den Begriff Hose Keine Gesten, keine Geräusche 30 Sekunden Zeit Rucki zucki Wenn du eine Hose anziehst Dann hast du Mörp! Schon gesagt den Begriff Ich bin immer blöd Kein Punkt Aber kein Problem Wir haben genug Begriffe Weiter geht's Anke nimmt den Begriff Schule, keine Gesten, keine Geräusche, drei Sekunden Zeit, rucki zucki. Wo alle Kinder sind? Äh, Bällebad. Nein, zum Lernen, zum Lernen. Äh, Schule. Äh, von der ersten bis zur vierten Klasse warst du in der? Grundschule. Äh, ohne Grund? Äh, sinnlos. Nur so, nur so. Schule. Bip. Oh mein Gott, die ticken so gut zusammen. Äh, 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 da wo die Inge gearbeitet hat. Hä? Bevor die mit mir zusammen war. In der Küche. Nein, 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 die war doch, äh, nein, als Lehrerin. Hildegard von Bingen Gymnasium. Ja, und was ist das? Schule. Bip. Man wird schlauer dadurch. Äh, Buch? Äh, ne, ganz viele. Bücher, äh, Internet. Man sitzt nur da und hört zu. Äh, 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 ich, äh, ich, äh. Was war's denn? Schule. Schule. Oh, manchmal ist man echt wie bescheuert. Falls euch irgendeiner soll irgendwann mal fragen, ich hab euch immer geliebt. Oh. Gerade euch beiden. Ihr seid die Besten. Jetzt sag aber noch was Lustiges, bevor du gehst. Nee. Weiter so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt eine Frau direkt aus der Hölle. Oh. Sie ist klug, wunderschön und hat ihr Allround-Talent selbst entdeckt. Und verdient damit Milliarden. Sie haben richtig gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Milliarden. Hier kommt die unvergleichliche Mandy. Party... Party people in the house! It's ready Christmas time! Heute drück ich das Spaßpedal. Kräftig durch! Ich geb Geist! Das macht Spaß! Puh! Na nun? Wo habt ihr euch denn alle versteckt? Ach, hier seid ihr! Achtung! Intention, please! Wie... Niesen... Nüsse! Cashew! Zum Abschluss, nach diesem reibungslosen Auftakt, singe ich noch ein schönes, besinnliches Lied. Ich hab es extra für meinen Ex-Freund Rico geschrieben. Los, goes! Oh Gott, bitte nicht! Yeah! Weihnachten! Das Fest der Liebe und der aufgestauten Aggressionen! Rock around the Christmas tree with Mandy! Du sagst, ich nerve! Ich sag, Dito! Du sagst, ich nerve! Ich sag, Di-Di-Di-Di-Di-Dito! Ich sag, Senta! Du sagst, Klaus! Ich sag, Einkaufszenter! Du sagst trotzdem, Klaus! Der Weihnachtsmann! Der kommt gut an! Du sagst, der erinnert dich an Peter Pan! What?! Der Weihnachtsmann, der hat doch keine grünen Hosen an! Deine Mütter hat grüne Hosen an! Achtung! Tag ist lang! Ciao! Mit auf! Das war auch schlimm! Tag zusammen! Ich wollte nur ganz kurz vermitteln, die Carolin Käppikurz hat eine Zeitmaschine gebaut und ist in eine Zeit zurückgegangen ins Jahr 1984. Achtzig! Hallo! Schwierig! Also mein Name ist Kakitibetus! Ich bin so alt, fast so, aber noch so und ich kann auch flöten. Soll ich? Klar! Also ich hab das Lied richtig lang geübt mit meinem Opa. Also Opa, sollen wir das jetzt spielen, wie wir es geübt haben? Ja, wenn es geht! Wehe, singt jemand von euch mit! Ihr soll singen! Wehe, ihr singt nicht mit! So! Das ist Jazz! Das kann nicht jeder verstehen! Danke! Wenn wir beide verheiratet wären und ich würde die Flöte ausbacken! Und weil ich den Teddy privat rackenscharf finde, war es für mich, war es für mich echt dangerous! Würdest du mich da unterstützen? Nein! Das war echt für Teddy! Hier ist die Pistole! Sie ist geladen! Ich hol's mal kurz raus, okay? Ich würd's mal kurz rausholen! Ich glaube, Tati klingelt! Ich hol's kurz raus. Ich würde es kurz rausholen. Ja, hol's einfach raus. Ja, da ist es. Ho, 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 ho. Scheiße. Das geht so. Das war ein Ries. Liebe Freunde, Weihnachtszeit ist die Zeit der Musik und des Gesangs. Immer wieder werden Klassiker neu aufgelegt. Doch wir würden einen Klassiker heute gerne im Original vortragen. Auf Mittelhochdeutsch viel Vergnügen. Stille Nacht. Halle Nacht. Alles schläft. Einsam wach. Wie können die da sitzen? Nur das Zau. Doch heilbar. Holterknaben. Wie heißt er noch, wie heißt er noch? Der Dings, der Dings, der Dings. Die, der Knab mit dem lockigen Haar. Schlaf in himmlischer Ruhe. Die Weinen sind schlimm. Das ist fürchterlich. In himmlischer Ruhe. The tone. Oh거야. Stille Nacht. Heilige Nacht. Alles schläft. Einsam. Nur das Traum, du heilige Paar, hol der Knabe, wie heißt er noch der Dingster da, der hat sich jetzt so ein Strändchen machen lassen, stehen wir gut im Knab mit dem lockigen Haar. Schlaf in himmlischer Ruhm, schlaf in himmlischer Ruhm, schlaf in himmlischer Ruhm. Vorstreis! Liebe Freundinnen, liebe Freunde, zu Weihnachten soll auch mal gelacht werden, richtig? Ja, und deswegen laufen im Fernsehen Jahr aus, Jahr ein, während der Feiertage Wiederholungen von Witzesendungen. Ihr könnt euch das anschauen in diesem Jahr Spahn, weil wir ein Best-of zusammengestellt haben für euch und für alle, die besten gespielten Witze aus den letzten drei Jahrzehnten. Schatz, mit der neuen Brille siehst du aber scheußlich aus. Ich hab doch gar keine neue Brille. Nein, aber ich? Schatz, unser Nachbar gibt zu einer Frau immer morgens bevor er zur Arbeit geht einen Kuss. Warum machst du das? Was denn nicht? Na, ich kenn die Frau doch gar nicht. Schatz? Hm? Sag mal, wart ihr bitte zu essen? Nix! Dattja, aber doch schon gestern. Ja, ich hab für zwei Tage gekocht. Ohhhh! Du Schatz, weißt du, wie man Männer nennt, die 90% ihrer Intelligenz verloren haben? Nein, wie denn? Witwa! Ohhhh! In wie viel in etwa kommt denn noch? Wie kommt er da jetzt noch? Zwölf. Ähhh. Oh, Schatz, ich glaub ich hab nen Hexenschuss. Das kann nicht sein, die schießen nicht auf ihre eigenen Leute. Schatz, hm? Folgendes. In wie viele Teile soll ich die Pizza schneiden? In sechs oder in zwölf? Ohhhh! Scheiße! Scheiße! Entschuldigung. 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 Warte, ich hab auch noch einen. Okay. Bitte? Bitte Brille. Nimm ne Brille. Immer gut. Vorsicht nicht kaputt machen. Warte, hier mal Basti macht das Ding. Ja klar. Achtung. Warte, du kriegst ne Öffnungsschingel. Pass auf. Kommt ne schwangere Frau zum Bäcker und sagt, ich bekomme ein Landbrot. Sagt der Bäcker, Sachen gibts. Kommt ein Rocker im Blumenladen und sagt, wo haben sie denn hier die ganzen Roses? Kommt ein Mann ins Spielzeuglein und sagt, ich hätte gern Geduldsspiel, aber zack, zack. Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden, wenn sie die Wanne voll kriegen? Kommst du bitte? Waren super Witze. Wir wählen soweit. Okidoki. Nein. Doch. Wir sind die Weihnachtswichtel, Teenie. Ho, 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 ho. Verdient. Leute, verdient. Bravo. Gratulation. Eine Ehre, gegen euch zu verlieren. Möge immer, wo ihr lauft, kleine Kinder vor euch laufen, die Rosenblätter immer, wo ihr seid. Vielen, vielen Dank. Wir lieben euch. Für die schönen drei Stunden. Gratulieren. Dankeschön. Dankeschön. Wir können das noch nicht fassen. Gebt uns bitte noch ein gefühlten Ja. Basti, Basti, Basti. Und dann übergeben wir 50.000 Euro an eine Organisation, die uns wahnsinnig am Herzen liegt. Aktion Medio ist ein Medikamenten-Hilfswerk und wir freuen uns, sie mit den 50.000 Euro unterstützen zu dürfen. Vielen Dank. Schönen Tag, Schönen Tag. Schönen Tag. Hallo. Schönen Tag. Basti, Basti. Basti, 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 Basti. Untertitelung des ZDF, 2020